da hast du wieder gewitter ja ich habe jetzt gewitter also heute jedenfalls so und früherer nachtbar er hat immer gegurgelt durch so ein schiff gedroppt ganz gemerkt der exopanzer die illegale aber kann ich jetzt einsteigen der ist jetzt genauso umgedreht ich habe schon die tun aber direkt schon ihre zinger paketen das geräte da kommen sie schon ich gehe in diese super rein es hat ein halk kommen wir vielleicht ja so stückte nein 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 tot ich glaube ich habe meine spielweise gefunden da müssen wir da machen sendeturm lokalisieren kann ich kaputt machen wir haben einmal drauf geschossen mission abgeschlossen da kann man ja auch zerstören gut zu wissen hier war ein terminal also ich bin schon am rauchen kannst du mir ein ding sparen gab es ja keine proben irgendwo da war schon wieder mein kanal da habe ich noch markiert vielleicht wo ich mir dann auch den exo walker wenn irgendwann rauskommt ich bin noch naja nur den anderen zum ausprobieren ich habe den auch kaputt machen ich glaube nicht also im turm sogar war hat gemacht ja ich bin auch dabei ich muss nur von vorne erstmal reinkommen da bist du weg ja aber okay kaputt mein gott das ding hatte ich schon mal ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht das ding hatte ich schon wie sie ja ja wer konnte wie ist man nicht abhoben da ich denke mir sehr niemand geht daran ausrüstung zerstört mann irgendwo proben glaube ich hatte ich sagen wir sie ja genau sagt ein roboter soll ich noch mein ding schießen ok aber gar nicht unsere mission ich bin einfach reingestampft und eine ding jetzt nach einer kaputt gemacht wir konnten nichts dagegen machen kann auch sein hat weg ob man manchmal kann ich die links damit kaputt machen die flugzeuge ich glaube nicht vielleicht weil ich möchte ich noch mehr schütze verbar fabrik war schon aber wer schießt da ich bin wieder am dampfen leidnissen geschützt sehe ich gerade oder er hat die bombe scharf gemacht au wir leiden müssen geschützt pass auf ja da hast du genau da ich fand so was man in das schiff rein bereit zu bezeichnen ok ok ich bin am geschützt habe ich in der sonne weg nein der richtung ist konnte konnte ich wollte gerade auch machen wir sind so viele gegner wieder ich bin so was wir tot dadurch meinen gott nicht ja viele das wird auch ein schlacht fährt ja von allen seiten die angeschossen waren ja ich glaube nicht gesehen obwohl dieser brauche ich muss meine sachen irgendwo hier wenn ich gestorben andere seite oder gar nicht hier gelandet muss man die ball ist ein ich mich glaube ich sicher nein aneinander nicht schon wieder ja wo ich hingehe mein gott aber ich fühle mich ja ich fühle mich ja wie am strand von der norma die ja warum die ja nicht vorbeigekommen sind erwartet ihr seid zwar viele gegner aber habt ihr auch einen exo-panzer über schlag gemacht als vom weg und pustet hat das stück erwarte ich hole kurz meine sachen wir müssen ja doch ich habe keine proben ich glaube nicht was er gemacht seiten sich schon wer wagt es so fast um fabrik denn 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 und sterben mal proben da gucken ich mach mal die fächer jetzt nicht mehr ich brauche vielleicht mal wieder einen neuen ex anzug und why not oh denn hm 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 ich habe es nicht angeguckt ich habe es nicht angeguckt mein Gott, du sagst keine pinselgarten ah ah ha ha ja warte mal bevor du da reingest wir müssen hier gerade alles machen also 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 7 7 8 da hinten ist auch noch was am blinken in der richtung schön gruß von der demokratie da ganz hinten der Runde da kriege ich glaube ich nicht kaputt hier ist hier ist aber heute ich warte wie so ein ding zum öffnen hier und pro und moni und granaten alles was das jetzt begehrt ich glaube da müssen wir auch hin hier müssen wir weit machen Gott weiter lass mich noch mal kurz machen machen dann müssen wir das ding kaputt machen ich wollte gerade aussteigen ha 3 wir machen aus dem gebiet ja hm warte ich kann nicht gestört sein wenn ich am leben so mein ding ist leider nicht bereit und hier sind gegner aber ich werde ich gekonnt ignorieren ja ich habe noch ja ich habe nicht so viel ich bin ja ganz der panzer aber aber zwingt mich jetzt nicht an wenn ich hier so eine es durch heines ding mein mein exopanzer genau über mein granatwerfer ja ich bin jetzt da naja ich auch so was jetzt ja das nicht mal reingehen von außen kommen sie wieder alle und ganz doll ich ja 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 ich versuche hier die festung kaputt zu machen aber ja doch genau so wie ich mir vorstelle so frustriert man ich war gerade ab was das ding auch damit kaputt gemacht ich war das und wollte verbrannt da jetzt müssen wir ding auch kaputt machen genau 100 meter ein hundert meter Boah, ich jetzt. Alter, noch jemand hier ist hier, Leute. Na, wir kommen dafür, der geht nach. Okay. Gut. Oh Gott, mein Rover schreckt mich nicht so. Oh Gott, bin schon beinahe in der Mine wieder reingelaufen. Au. Was passiert? Ja, ich hab die Hörbombe, die hat das Ding eingeschlagen. Na, irgendwo hatte ich trotzdem aktiviert. Ja. Ja. Ja, irgendwo da ist noch was. Ja, wo kommt so ein Hörbombe steckt sich da einfach heiß, kalt? da war keine kletterer ok vielleicht doch so ein held aber werden ich bin mit am rauchen durch die gegend hier zu schießen also eine ledig wollte da was ich weiß ich weiß nicht ob da oben sind ich hätte die ganze zeit nur durch von raketen in der gegend rumgeballert da ich stirb jetzt endlich hallo stirbst du jetzt mal hallo ihr meine frisse bin ich hier oben ist ja noch was das ist nichts mehr dann habe ich mich um sonst herauf gekämpft hast du kein extra anzug da ist kaputt wir brauchen oh gott dann kommt und halt effektes timing der steht genau vor der tür der typen mit einem flammenwerfer weg so stück doch nicht und da kam für episch aber geht kaputt ja langsam ja richtung taxi gehen ich bin schon wieder am reddreck ja 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 da lang ich gehe schon mal richtung ausgang da was ich komme gar nicht dazu irgendwie dinge sein zu setzen er erst hier sieht okay bei mir ist gott so ruhig man findest du in die alles ich sage ganz hinten also probe gesammelt ja aber schaut meine mine wenn wir eine miete reingetreten mach was tot mein gott hier war die festung vom anfang weil die erinnerung mal nachschubelig noch mal e-mails machen ich stehe da so ein pfeil über deinem kopf so einen daumen rauf über deinem kopf ein weiter tier nachladen mein gott ich sehe einfach überall nur laser durch die kicke meine güte aber da kommt da ich habe ihn gekauft damit gesteckt ja sehr schön erledigt glaube ich dass wahrscheinlich wieder nicht genug ist aber für mich ist genug zwei dinge haben uns gefehlt anscheinend zwei fabriken also anscheinend haben fabriken weniger priorität als diese blauen dinger ach ich muss mal gegen ball kann mit dem panzern wird er wahrscheinlich nichts außer wenn er der nächsten welche kommen gute arbeit so viele proben zusammen ich bin ja wohl nicht im bus kann ich mal was gar nichts ich weiß ich weiß dass der über zerstörer mir gehört danke hier mit dem walker so läuft am letzten mal haben hat ja locker geschafft habe ich so gefühlt unser adler auf den drauf geballert haben meine nächste war für euch noch 80 von diesen medaillen erholen von der kriegsanleihe von der kriegsanleihe von einer der anderen 80 medaillen jetzt ist mal freigeschaltet er muss erst mal ein medaillen ausgeben damit ich zur nächste seite komme start initiiert der kdc 01 jetzt sind es bevor doch handlungen vor für ist die kinder zu folge haben könnte was und das war ein fein ist das hier das schicksal aller menschen kinder liegt in ihrer hand positioniert den hier einmal den panzer nimm die waffe mal los geht's ja ich bin kampfbereit habe ich noch nicht mal gesehen er tut schon direkt meine güte wie warte mal naja kann ich nicht mal leider das ist nicht zu uns umgedreht bisher versuchen wir dahin zu gehen vielleicht mit dem links kaputt zu hauen vom stadt bemerkt noch mal gott leite ihr seid so nah ich trage mich nicht so war der hat geschützt angeschossen ich wollte damit denn mit dem panzer abschießen von hinten mein ding bringt nichts aber die stimme ich so viel schaden wie das ding umgedreht haben wir jetzt sterben wenn sich jetzt noch einmal umgehen kann ich dann erledigen meine sachen sind meine sachen sind ja ja tschüss aber auch hat den namen ertrinken die raketen werfen geht mir so auf die nerven 20 raketen eine von den trifft immer so ich brauche meine sachen erst mal ich bin ein schuss wecker und dinge war keine sache oder in der richtung irgendwo so ich gehe mal kurz erreichen heute entschuldige ich mich aus dem weg hallo ich erinnert ich war, ich war, ich war, er ist weg ich glaube das ist noch einer ja ich baller ich baller ich baller er ist weg ich weiß nicht ob ich die ganze daneben oder habe ich mehrere schüsse bauch gegen die fenster ok da war ziemlich einfach mal ziemlich einfacher schwerer auf den posten noch was ich noch mal proben sehe ich leider nicht also musst du hier umschauen ja naja da menschen aufgespiegelt da seine ich sehe auch keine ja ich bin ausgeschenken der walker ist in die richtung machen wir gegen den ich sehe den schon ich habe nicht dass ich gegen den man ausrechnen kann aber ich versuche zwar hat irgendwo eine schwäche ich weiß nicht wo der sich hin dreht ich glaube hängt da so ein bisschen am felsen fest die ganze voll locker mit einem schlag getreffen glaube ich da jetzt für die jetzt gar nicht wo ich da hinschieten muss bei dem ja ich habe unseren geschützpuppe gemacht nein meine muni ist weg okay ja was geht so stumpf ziemlich aus wie einfach den hier laufen auf den drauf stoppen Ich weiß gar nicht, ob ich die damit treffe Nein, ich will nicht Okay Leider So, warte mal noch 30 Minuten, mein Gott Das ist noch erledigt Da ist irgendwas hinten Ich kann mal nachgucken, was da ist Vielleicht eine Fabrik, was zum Spielen und zum Naschen Da ist er näher noch, ne, Fabrik Ich versuche mal Ich versuche mal Natürlich wieder aus der Hand hier geschossen Ding Und das ist ein Lager Und das ist ein Lager Ja, ne, also meine Probe eingesammelt Die eine So, baut er mal noch hier, voll wenig, irgendwie voll wenige Markierungen sind ja auch bekannt Da geht er vorbeigetischt Warum ist man mir auf der Karte am linken? So, was Diese Fragezeichen werden irgendwie gar nicht mehr auf der Karte angezeigt Ja Oh, viel Zeug Äh 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 und schon wieder ich sehe ich fühle sie meinen schaltkreisen ich meine in meinem blut ich bin kein roboter wo kommen wir auf einmal beide auf dem fixiert sind jetzt wegen so ein science fiction irgendwie weil wieso so operations maschinen hast irgendwie so laser sind und dann so ein körper irgendwie so an arbeiten sie wunden alarm zu schließen moment nicht wir sind mal so langsam wir müssen mal so weit laufen ja vielleicht welche dicke festung oder so sehe wir da hinten ja es wäre doch ein guter zeitpunkt zehn minuten abklingt zeit wollt ihr mich eigentlich umbringen glaube ich die ist schon mal weg ich weiß nicht woher die artillerie ich weiß noch nicht ballert die ganze zeit noch von hinten ist irgendwie so da eine ecke ist irgendwo ich sehe schütze da hinten ich habe noch gar nicht geguckt oder proben waren bei meiner festung ja ich weiß mal ich hatte ja kaputt und die festung so wer schießt ja auf uns hier ist eine kanone weiße kaputt man ich weiß nicht ich glaube ich kann ihn nicht kaputt mann hiermit kann man mit dem blut auf meinem bildschirm von einem roboter red blut hat sich scharf gemacht naja da war noch eine glaube ich ja jetzt noch hier so ein geschützt wo das brauchen geht da nicht kaputt doch jedoch kaputt mein gott so ein bisschen öfter drauf schießen aber habe ich nicht gewähnt war mein ex-wanzug ist gleich leer nein nein da kann da auch gar nicht mehr rechtzeitig rauskommen bereit zu bezeichnen stärkere bossen ausrüstungspaket trifft ein nein 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 landungsschiffe ich eigentlich auch hier einladen können ok irgendwie ist ja nichts mehr da ist noch was ganz klein ist da unten dann haben wir glaube ich als wenn ich proben wo aber meine habe ich gar nicht nachgeguckt ganz ruhig mal rober ganz ruhig wir können ja mal zehn fragezeichen gehen jetzt ein flammenwerfer auf dem radar aber anscheinend karte ich meine meine malung verkauft oder ja bei mir oben oben beim radar aber sind sieht man die noch anscheinend ja hier ist so eine tür zum öffnen und äh zwei pro evakuierung verfügbar noch 20 minuten für die mission kann auch mal ich bin zu langer ok ok einst du musst deine waffe so war ja nicht noch irgendwas doch da ganz unten war noch ich höre euch da seid ihr und ihr habt mich noch nicht gesehen sie hat schon er wollte schon gerade wieder welche rufen ich habe das noch ein bisschen zu na ja jetzt weiß ich weiß manchmal ich verstehe manchmal stehe ich da ziehen auf die baller mich ab ich bin voll okay dann fange ich an auf die dorf zu ballern dann aber ein schuss bin ich weg da ist voll unlogisch wenn man nicht sagen hat irgendwie auf meinen kopf ziehen und dann mich irgendwie one shot und so voll unnatürlich und unlogisch sein halk das mal halte dich längs habe ich gesehen weil ich da ganz hinten war noch was in der in der richtung ich habe da er kann mich nicht gesehen hau ich weiß was ja vom wald meine güte die demokratie jetzt gelassen das ist der hulk so weit vom eingesammelt weiß ich nicht ich glaube nicht ich bin tot jetzt haben wir alle proben verloren auf jeden fall immer hoch ich gehe mal hier meinen panzerchen holen ne kommst du nein aber bitte lass mich einsteigen ich kann nicht einsteigen war ich wollte dass wir die proben ja ich wollte eine sind überhaupt welche gehabt dass ich glaube du hast gar keine auch hier ist irgendwo hier nein wir sind hier keine proben ne 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 하면 vielleicht eine nachschub hohe wieso ist der art ist die abwehr dadurch gelaufen entschuldige was oder ist noch was du ruhig schon mal an tag sich ich habe da so eine dinge zum öffnen aber wenn man in meinem anzug immer ein anzug was passiert ich habe mich umgebracht ich habe nichts geschehen ok Okay Hard girls and big But we've them all der zweck aber das hat so gemütlich gegen die zu kämpfen haben wir darauf wieder überlebt aber warum explodiert ist wenn ich da einlaufen das gabelstapler da kommt er bei mitten ins gesicht geschossen da liegt auch perfekt hey wir sind voll durch den felsen geflogen hat gesehen war mit nach durch da mein gummi ball wo der wahlwärtsfahrt karte ja hier säcke ich weiß nicht wer ihr seid aber ihr säcke dieser schweine oh mein gott ich habe toddy dancer gesehen man soll der neue fraktion kommen und haben wir ja ich brauche ich brauche noch mehr wir müssen wir auf mittel wieder später über mehr normale proben bekommen habe ich auch gefühl ich brauche so viele normale wenn eine ding kann ich mir gar nicht holen da wollen wir ja schon wieder bessere proben wenn man sich dann sonst noch holen unterstützungswaffen liegt als maximallanzahl antragbaren magazin bei der solcher laser der doch kein magazin